Willkommen in der Zahnarztpraxis Dr. Kukoljak in Dortmund. Prophylaxe ist die Grundlage für ein gesundes Lächeln. Deshalb steht eine regelmäßige Vorsorge bei uns im Mittelpunkt. Wir behandeln mit modernsten Methoden und bieten ein breites Leistungsspektrum. Von Parodontitis und Laserbehandlungen über herausnehmbaren Zahnersatz und Implantate bis zu Bleaching, Veneers und Inlays. Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen Termin.